Also jetzt habe ich einen Schlüssel in den Beinen. Ach, das war halt History. Scheiße. Alter. Da blieb mein Herz wirklich ganz kurz stehen. Ah! Warum portet der sie zu mir? Ich muss weg hier. Eine Hand voll Sand rieselte von der bröckelnden Steindecke und drückte seine Hubklempfe noch um. Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam und ablugte. Und er. Jetzt hört sich die Siege den Bein zu hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, nach langer Zeit geht es jetzt weiter mit dem Spielen und das verzücken wir auch gar nicht. Woher denn? Boah, die Sicht ist wieder so schrecklich. Was ist denn ein Tag? Mementos. Ich habe den Schüssel zum Wald geladen. Das müsste ich eigentlich schon getan haben. Oder? Wie ging es da rein? Oh, wie ging es da rein? Oh, wie ging es da rein? Inventar. Wie komm ich denn noch mal in... Inventar ? Ah, hier. Du, da rein klappt gar nicht mehr jetzt. Jetzt kommen wir zu den... Hinweis! Achtung! Wenn du dunkel bist, wird sich in ein gärtiger Zustand ein wenig herrscht, dass der Sinn wird. Ähm... Ah, hier. Spannungsvolle Musik Dich fühlst du dir nicht. Wo ging der Varrant? Wer geht? Er hat sich genug Wein und er hat uns um die Lebenszeit verletzt. Oder zumindest bis morgen. Hahaha. Okay, das waren jetzt die Wachen, die er eingesperrt hatte. Ich höre wie auf der Rückseite dieser Tür, die Schritte zu hören sind. Moment, du hast zu weit gedreht. Oh, oh. Okay, kann ich hier so dicke was sehen? Nein. Okay, ich sehe inzwischen der Kopf dröhnt und die Hände zittert. Okay, hier war ein Pass vor die Tür, hätte ich also gar nicht aufgekommen. Ganz dezent mal beiseite stellen. Woher kommen die Schritte? Warum ist die Lampe so höll und es riecht so schwach? Wozu zünd ich das an? Ich möchte hier nichts. Kommt jetzt wirklich jemand? Ich höre Schritte. Oh. Oh. Oh, der Kacke. Ich höre mich gar nicht. Oh. Oh. Oh, der Kacke. Niemand kommt. Oder? Eine Zutat! Eine Zutatung. Diese undefinierbaren Schritte. Kann ich nicht speichern drücken? Der Kopf drückt, die Hände zittern. Sieht gar nicht so aus, als würde die Hände zittern. Aber ganz ehrlich, meine Hände zittern auch. Okay, dieser Raum sieht mir sicher aus. Ich zitt mir eine Lampe an und sofort passiert etwas Schlechtes. Und vor Quass kommt niemand rein. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh. 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 Wir haben fertig auch nicht ansprechen lassen. Ich habe jetzt zwei Ingredientien aus zwei Räubern und bin noch keinem Gegner begegnet. Warum steht die Tür oben? Ich bin jetzt. Oh, was ich? 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 Oh. Ich bleib mal hier kurz im Licht stehen, zum Schieben, haltet die Kurs, drückt. Alter Schwede, okay, mein Blickfeld hat sich beruhigt. Au! Unter welchen Hände zittern jetzt? Gut, dass die Tür nicht mehr passierbar ist. Finde ich irgendwie schon scheiße. Oh, ne Zinderbuchse. Sowas hält, mein Freund! JAHU! Na gut! Das ist besser kein Scheiß. Boah, ist das ein Schlagerkerker. Ne, das ist gar nichts, Freunde. Warum ist das ausgegangen? Nö, die kann ich nicht besonders kräftig stoßen. Was ist das? Was ist das? Denn, nein, das ist gar nicht so. So, das ist einfach so, dass ich das nicht sehe. Ich hasse es für dieses, das ist ja nicht so, dass ich das nicht sehen würde. Es wäre einfach nur so, dass der Screen rum... Bööö. Gut, ich habe jetzt die drei Inkredi, die erzählen, wenn ich nicht täusche. Ja, jetzt muss ich hier wieder raus. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Okay. Das muss ich hier auch ins Labor. Okay. Die Platte liegt da immer noch, wie ich sie zurückgelassen habe. Was ist das? Ich bin geschreit. Wir haben hier nämlich was andere. Vier? Vier verschiedene Chemikalien. Oh man. Na gut. Wie wir die vierte Chemikalien jetzt holen, das seht ihr dann beim nächsten Mal nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.